Guten Morgen, tut mir leid mit dem Ton. Heute haben wir jetzt hier wieder Mono oder so. Keine Ahnung, warum nicht bei der Kamera ist die Macke mit dem Ton. Bei der anderen Kamera ist die Macke mit dem Akku. Geht trotzdem weiter. Hallo, hallo, hallo. Also, heute schon die erste Auftrag. Wahrscheinlich das Hauptproblem heute wird sein, diese Tretlager von diesem wunderschönen alten Göricke einmal durchzuschicken, was da los ist. Warum hat es hier das Spiel? Was ist da los? Es funktioniert nicht mehr. Und dann nochmal Kettefetten gleich ein bisschen und hier oben ein bisschen und naja, so. Das mache ich jetzt gleich mal. Handschuhe an wie hin morgen. Und die Gege los. Die Öl habe ich jetzt schon mal. Ein bisschen vorgewühlt. Den Keil, da lösen wir die Mutter. Dann machen wir auch den Kopf. Sieht auch nicht mehr so schön aus, aber eben nur rostig. Mehr nicht. Warum war blank? Mehr verwenden wir wieder. Weil die neuen Keile, die es gibt, die sind alle Schrott vom Material her. Also es ist wirklich so, dass heute kontinuierlich nur noch Müll auf den Markt geworfen wird. Minderwertige Qualität. Und das kann ich ja nicht gut finden. Also muss man die alten Teile wirklich bewahren, pflegen, instand setzen. Na, das mache ich hier eigentlich. Das mache ich nicht. Ich konserviere das alte, das gute, das schöne, das ist eine Qualität voll. Jetzt nehme ich die Cola. Das Gewehr ist schwerer als mein Ding. Die Achse sieht nicht mehr einwandfrei aus, der Tretlager selbst. Aber auch noch nicht so schlimm. Man kann es bestimmt noch mal nehmen. Oh, hier ist ein bisschen nachschleifen. Es gibt keinen Ersatzteilen mehr. Was soll ich machen? Jetzt schau mal. Jetzt löst ich diese hier, wo wir gestern so Probleme hatten. Oder war es vorgestern? Mit dem Lieferanten hatten wir ja so Probleme, die zu lösen. Das steht übrigens da. Da bin ich noch nicht dazu gekommen, weiterzumachen. Da muss ich mir ein Konstrukt bauen. Aber hier bei dem, so muss ich den. Schaut mal. Einfach. Einfach ran. Und offen. Das dauert ein bisschen Zeit, aber es muss sein. So, jetzt halte ich den Ring runter. Den Ring runter. Jetzt schauen wir uns mal das Lager gleich an. Der Ring ist noch erhalten, aber es ist kein Fett mehr drin. Das sieht man. Müssen wir mal von da oben zugucken. Die Scheibe fungiert gleichzeitig als Werkzeug, um den zu lösen. Der ist ja nur handfest angezogen. Und dann greift der hier rein, und man kann das lösen. Wenn das hier nicht mehr funktioniert, dann muss man hier so einen Nasenschlüssel nehmen. Das aufmachen. Ja, noch vorhin, aber Pups trocken. Also, das geht natürlich nicht. Das muss ordentlich fettet werden. Das wird sauber gemacht. Na, da kommen wir schon in die ganzen Kugeln entgegen. Also, hier ist das Lager völlig kaputt. Da haben wir schon... Da fehlen jetzt schon diverse Murmeln raus. Tja, jetzt ist nicht mehr so schön. Da ist nicht mehr so viel da vom Lager. So, da kann man keine neuen Kugeln reinsetzen. Das muss einfach eigentlich diese Lager-Schale getauscht werden. Auf der einen Seite definitiv. Auf der anderen hier gucken wir mal. Ich schlafe mal die Lager-Schale raus jetzt. Wie ihr es nicht mal sehen könnt, aber die kann man nicht mehr nehmen. Die ist richtig eingelogen. Die press ich jetzt ein, die neuen Schalen. Also, wohlgemerkt, die neuen Schalen sind keine neuen Schalen, sondern sind alte Schalen, weil die neuen Schalen auf dem Markt, die taugen gar nichts. Das sind gut gefettete, alte, konservierte Schalen. Die Lager auf. Jetzt baue ich die Kettenrack-Garnitur wieder ein. Obwohl ich da eigentlich am Zweifeln bin, weil, wie gesagt, der Pedalsitz ist nicht richtig, ist nicht korrekt. Obwohl ich nicht diese Daten nehme, auch wenn das hier viel schöner ist, weil es originalgörig ist. Das ist eigentlich der. Ich baue den ein. Der ist noch einwandfrei hier oben. Ich muss den einbauen, das ist der Satzteil. Das Fahrrad ist wieder fahrbereit. Ich würde mal sagen, der Herr Gürigke, wie sie es so schön genannt hat, kann wieder auf die Straße. Das hört sich gut an. Fantastisch. Ich freue mich immer wieder, so altes Material reanimiert zu haben. Das muss ich euch mal zeigen hier. Außergewöhnlich hat der Vater seiner Tochter ein Herrenrad umgebaut. Außergewöhnlich hat er zum Damenrad gemacht. Aber echt schön. Echt Juli war man... Schön gemacht. Der hatte drauf. Der Rahmenrohr hier oben hat er abgetrennt. Verschlossen. Verlötet wahrscheinlich am Ende von verschliffen. Die Muffe zugemacht. Heiß gemacht. Nach unten gebogen. Hier angesetzt. Verschweißt. Eine Verstrebung reingemacht. Und hier nochmal eine Versteifung. Mit diesem wunderschönen Ring. Jetzt müssten noch die Initialen hier drin. Von ihr. Dann werdet perfekt. Aber so ist es schon geil. Das ist eine coole Lösung. Individualrad. Schön. Gefällt mir. Wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Weil jetzt noch alte Handwerkskunst. Wenn der Vater dann sagt, du versuchst, magst du aus dem Herrenrad und Damenrad. Mach der heutige Kinder mehr. Alles gut. Das ist schön. Das gefällt mir. Das freut mich wieder richtig, so was mal gesehen zu haben. Jetzt hat es einen Unfall damit gehabt. Und da ist die Bremse verbogen. Und die muss ich jetzt austauschen. Weil hier ist das Aluminium verbogen. Der Bremskörper selbst. Wenn man hier zieht, dann bleibt der da. Und Aluminium kann man nicht zurückbiegen. Sollte man nicht. Deswegen sollte ich das Deutigte tauschen. Frühstück. Frühstückszeit ist jetzt heute. Frühstück. Gesund. bei diesem wunderschönen wheeler geht die schaltung nicht mehr vorne schaut man sich den schaltzug an und wieder hier läuft auch wieder da unten läuft dann ist das kein wunder also der müsste mal neu sieht doch nicht mehr ganz so schön aus der umwerfer selber arbeitet wie man sieht kann man ja sehr schön simulieren also muss eigentlich nur der zug getauscht werden und dann sollte es wieder funktionieren das mache ich jetzt mal kurz ihr seid kurz dabei so die kappe kann man noch mal die kriegt man sogar nicht durchgezogen ist ja auch quatsch muss man ja nicht machen das ist hier natürlich nicht mehr so kann es nicht funktionieren einmal neue schaltzug die kappe Das war's für heute. Das war der Wink, ja? Ja. Tonne treten. Na dann komm, raus. Fertig. Hey, hast du einen Fahrradstart zum verkaufen, neun? Normale Ventil? Doch. Philipp ist drauf. Die hab ich auch noch. Die ist aber cool. Die sind schon fast unverwüstlich. Besser als die neuen. Philipp Virus. Videoclip Produzent. Wie nennt man soweit? Filmproduzent. Datenschutz. Datenschutz. Das ist ja auch mit einverstanden. Der Manfred auch. Boah, bin kaputt hier. Guck mal hier, bist du bei YouTube. Was? Jetzt bist du bei YouTube. Echt, wirklich? Ja. Willst du mich filmen? Bist du nicht filmen? Ich entscheide, wenn ich unterschreibe. Genau, du musst unterschreiben dafür. Komm, hier, unterschreib hier. Unterschreib hier, jetzt musst du unterschreiben. Guck mal, ja? Ja, unterschreibt. Da, hat er. Du, pass auf. Jetzt gehst du noch nächste Woche nach Thüringen. Gegen, gegen die Nazi. Ne? Ist das wirklich YouTube? Ne. YouTube, nicht YouTube. Achso, du kannst ja filmen da, oder? YouTube, genau. Was hast du denn schön, ne? Wo war er denn? Wo sagst du denn? Was geht nicht? Stopp? Echt, wirklich? Ja, mit Tod. Ah, das gibt's ja nicht! Ah, der Weltfriedenswanderer! Ja, siehste, mit der SAP Zeichen. Wunderbar. Um Gottes Willen, du! Der Weltfriedenswanderer in Berlin, zu Gast. Ja. Mit der Pudel Mütze auf den Kopf. Und ohne Rucksack auf den Rücken heute? Heute ist dann Sommerluft. Es ist zu schwer, es ist zu schwer, weißt du, weil ich habe 57 Kilo unterm Pauppettis und ich weiß nicht, was ich habe, aber ich krebsche und ich mag immer mehr ab und ich trage keine schweren Zart, kann ich nicht mehr. Machst du ja eine bei dem Arzt, die willst du ja nicht wissen. Nö, ich auch nicht. Ist gut. Ja. So, erzähl mal, was du als nächstes machst, kannst du ja schon mal. Naja, ich habe den kennengelernt, den Fahrradladen da hier, ne, und da bin jetzt da, da war er noch ziemlich jung und so ein bisschen, nicht spießig, aber sehr sehr vorsichtig, der Fahrradladen, wer da kommt, was er tut, ne, aber vor acht Jahren hat er da mich kennengelernt und jetzt da kennen wir uns schon acht Jahre, es ist ja ein bisschen lockerer, es ist ja ein bisschen lockerer gewesen. Er ist ein ganz lieber Mensch, bescheidener Mensch, Kinder, Brauch und ich finde, was er repariert und finde ich toll und ich wünsche, dass es viele anderen Leuten auch gibt, die ihn unterstützen und ja, hoffentlich klappt das, dass viele Menschen ihn unterstützen und ich freue mich, Ich freue mich, dass er mir 20 Euro heute geben kann. Hey, weißt du, warum? Weil ich muss nämlich nur Fuß fahren. Hä? Ich brauche noch zehn. Ich brauche noch zehn. Brauchst noch zehn? Ja, bitte. Zu viel bis jetzt. Hallo. Hallo. Das läuft nämlich nicht so gut. Seitdem die ganzen Mieträder hier überall drauf kloppen, läuft das nicht. Stellst du das in Internet jetzt? Wenn du willst, steckst rein. Ja, stellst rein. Und, warte mal. Na mach mal. Ist ein. Und ich will haben, dass jeder ihn unterstützt, der in Berlin ist, weltweit ist er ja schon ziemlich bekannt. Aber unterstützt das bitte. Wenn ihr alte Fahrräder habt zum Reparieren, kommt da hin, kommt da her. Das ist sehr freundlich und preisgünstig. Aber man muss eben auch Fahrrad bezahlen, wenn man repariert haben will, das Ganze. Unterstützt den. Ganz ein lieber Kerl, der hat mich jetzt auch unterstützt. Ich hoffe, dass er einen guten Zuschuss von euch hat. Alles Gute für Berlin. Super. Schau mal, was sagt er dazu? Ja dann, bis dann. Ciao, ciao. Ein Wildfriedenswanderer. Oh, Mensch Wolfgang. Wieso? Bist du bei der Fahrtfinder oder was? Wieso? In deinem Wanderstock. Ja, ich kann das nicht losen. Ich guck, das hat mir auch gut stand. Jo, was haben wir hier? Ein Rennrad, nahal neu. Boah, ist das heiß draußen. Neu Rad. Mit, äh, irgendwie, Camper-Zeilen. Das soll ich mal überprüfen, das hat der Kollege selber zusammengebaut. Meinte er. Ich glaube, der hat das auch nur zusammengesteckt. Das kam bestimmt nicht komplett zerlegt oder so. Die Laufbäderin wurde, die Pedalen reingeschraubt. So, das ist Feierabendstimmung eigentlich schon wieder. Leih, die Sonne ist schon weg. Leih. Leih. Wo will der denn hin? Guck jetzt mal mal ein paar mitmachen, wo ich da habe, wo wir das da sehen. Ich hatte mal ein paar mitmachen, wo ich da da sehen sollte. Ich hatte mal ein paar mitmachen, wo ich da eigentlich nicht gehalten hatte. Ich habe schon mal hier, aber ich wollte jetzt doppelt eigentlich bezahlen. Ich habe jetzt vier Wochen Zeit, jetzt bezahlen. Bis im 8. Jahrhundert von den Juni. Wo sind aufnehmen Sie hier? Er hat schon drei Tage, da hat er drei Tage das Paket gesucht. Ist das hier runtergelaufen, da hat er überall gefragt. Nix. Dann hat da niemand ein Zettel. Dann hat er nicht mal ein Zettel dran gehabt, an seinem Kasten. Dann wüsste er nicht, wo das war. Dann hat sich herausgestellt, dass das Paket meiner Opa war. Weißt du wo? Den ja dienen da an da. Da vorne. So hat man seine Bräume. Ja. Und so war das bei uns auch das selbe Nummer 18. Da kloppt der den zurück über mir. Ja sagt er. Ich sage, wir werden dann reinnehmen an vier Treppen. Ich sage, mach es einfach. 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 21 Uhr. Okay. Das ist Zeit. Ich kann ihn jetzt einfach hier stehen lassen. Soll ich runterbringen? Ja. Ich muss ein bisschen Hilfe bringen, ja? Bisschen. Bisschen Kohle mit. Bisschen Kohle mit. Bisschen teuer, aber... Braunkohle, ja? Bisschen Kohle. Bisschen Kohle. Drei Treppen. Ich hab das... Entschuldige, ich hab... Ja, kann sein. Durch den Morgen konnte ich das nicht richtig sehen. Ich hab das nicht eigentlich oben gesehen, aber die Treppen nicht da. Ja. Na ja. Eine Treppe, du Nase. Eine Treppe, du Nase. Ja, wo das Katzen... Katzen hier da ist. Achso, da oben. Jut. Eine Treppe. Eine Treppe. Ja, gut. Zu spät für Hausaufgaben. Jetzt brauchen wir keine Hausaufgaben mehr machen. Hä? Jetzt ist es zu spät für Hausaufgaben. Jetzt brauchen wir keine Hausaufgaben mehr machen. Achso. Spür, ne? Keine Hausaufgaben machen. Aber geht mir ja nichts an. Ich habe früher, auch wenn ich nach Hause gekommen bin, ich habe Schularbeiten gemacht. Ich habe gedacht, das kannst du spielen hier. Wenn die Schularbeiten drei Stunden dauern. Schularbeiten doch erledigt. Super gemacht. Mhm. Doch. Hast du gut. Hast du gut gemacht. Nimm doch das Lob an, was du gesagt. Ich kann nicht so gut gemacht. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Hat sie gut gemacht. So, ich habe es vorbereitet. Ich sage auch mal, wir sehen uns morgen. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr euch das anguckt. Schön auch, dass die Gemeinschaft wächst. Wenn auch sehr langsam. Und ähm. Ja. Ich mache halt weiter. So wie jeden Tag. Bis morgen. Tschau.